Herzlich willkommen zurück beim Let's Play auf Deutsch Jacked Lines 2 Teil 40 müsste es inzwischen sein. Ja, Teil 40, so weit sind wir schon. Wir haben Shizena erobert, wir haben Drasten erobert, wir haben Samona Kingpin das Geld geklaut und jetzt haben wir 5 Tote, 3 Gefangene und eine Handvoll Söldner, die noch Milizen ausbilden. Was ist mein weiterer Plan, den ich diesen Abend durchführen werde? Nun, ich werde die Milizen wieder auf Vordermann bringen und dann werde ich versuchen Cambria zu erobern. Ja, Cambria. So, da könnt ihr mal gucken und das werde ich so machen. Ich werde es glaube ich vielleicht bei Nacht tun, weil ich habe sonst sowieso nichts besseres zu tun und auch sonst so glaube ich gar keine Chance. Was soll ich machen? Aber was soll ich machen? Yay! Stop! Yes! Kurz noch Zeug zusammen sammeln. Vielleicht gibt es... Ah! Verdammt, vielleicht gibt es hier... Vielleicht gibt es nur irgendwo etwas, was wir gebrauchen können. Ja, vielleicht. Vielleicht kann man das gebrauchen. Verdammt, verdammt, verdammt. Das hier eher nicht. Igor geht zurück zu den anderen. Yes, I occupy the destination of your choosing. Sehr korrekt, sehr korrekt, sehr korrekt. Und was können wir hier noch mitnehmen? Das hier vielleicht noch. Das Toolkit, weiß ich nicht. Ähm... So. Perfekt. Ebenfalls auf nach Samona. Wir haben E-Mail. Ich gucke mal eben kurz die E-Mail nach. Und verklick mich dabei. Ivan. Oh, hello. I am house now. Ivan wäre da. Ich nehme das Geld, um ihn anzuhören, weil er vielleicht... Glaube ich, für eine Woche oder so nicht mal so schla... Na... Na... Wollen wir denn? 24.000, noch was? Hm. Da muss ich ja überlegen, ob ich den nicht... Ähm... Die meisten Leute sind eigentlich bezahlt für die ganze Zeit. Noch eine neue E-Mail. Sympathische E-Mail, aber wir werden sie... So, wie es sich gehört, ignorieren. Mal sehen, was er davon hat. Nein. Okay. Von Bloodcats geambusht auf C3. In der Nacht. Nein. Okay. Hoffentlich überlebe ich das. Wir überleben das. Komm schon. Komm schon. Wir müssen nur alle Seiten absichern und vorsichtig sein. Yo. Ah. Scheiße, 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 scheiße. Komm nicht zu nahe, komm nicht zu nahe, komm nicht zu nahe. Nein. Aber es sind nicht viele. Es scheinen nicht viele zu sein. Puh, daneben. Noch eine, noch eine, noch eine. Okay. Okay, es sind nur drei, es sind nur drei. Ähm... Igor? Boah, zieh weg. Und... Nochmal. Ist natürlich klar, dass ich jetzt gerade die Hohspitz-Munition rausgenommen habe. Ja. Ähm... Es hat Licht-Eis dabei. Sagen wir hier, fünf Schuss. Ich glaube, diese Waffe ist hier die besser geeignete. Gut, man. Ja. Versuch's. Ja. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und... Versuch's. Schön, schön, schön. Jiiiihihi. Puh. Okay. Jetzt kann nicht mehr so viele übrig sein. Ein oder zwei höchstens. Okay, da kommt sie. Da kommt sie. Und sie... ...schlägt daneben. Puh. Jetzt müsste ich nur schauen, wo die letzte geblieben ist. Dann ist das hier geschafft. Okay, da hinten. Freakin' Furball. Ja. Du sagst es. Puh. 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 Ja. Das war... ...jetzt auch schon wieder mal... ...ein bisschen zu knapp für meinen Geschmack. Mir bleibt auch gar nichts erspart, diese Runde, habe ich so das Gefühl. Hm. Wie doof. Und das ganze Zeug hier kann ich nicht mal mehr mitnehmen, weil ich keinen Platz habe. Aber man kann nicht alles haben. So. Hui. The trip's behind me, dude. So, alle noch. Squad 1. Warte noch kurz. Ach, ihr könnt ja eigentlich alle schlafen. Damit ihr gleich ausgeholt seid für den Trip zurück nach Drassen. Wo wir uns dann kurz wieder sammeln werden. Und ich werde versuchen, die Leute wieder auszustatten. Und dann werde ich Cambry angreifen. Mann, ich hoffe echt, dass das funktioniert. Ich bin mir aber nicht sicher. Okay. Jo. You are big. Bet you're here to... Ja, kurz mal bei Toni vorbeischauen. Vielleicht gibt's ja was Neues. Mickey ist da... Nein, es ist ja klar, dass er jetzt da ist und ich durch die Scheiße liegen gelassen habe. Ah. Das war ja so klar. Mickey, ist hier sonst irgendjemand da? Frank fragen. Willkommen zurück. Wenn du dich an Carmen suchen möchtest, dann hast du ihn einfach missen. Okay. Okay, er ist in Drassen. Okay, wir schaffen es. Den suchen wir da jetzt. Und... Okay. Wir geben ihm den Kopf von T-Rex. Ich weiß jetzt nicht. Kämpfen wir uns hier durch? Im direkten Weg müssen wir sowieso gehen. Like I'm there. Sehr gut. We is clear. There's rivals here. Uh. Ne. Ne. So viele Leute, das geht gar nicht. Vielleicht einen umlegen oder so, aber hier schleichen wir uns ungekonnt und feige drumrum. Keine Chance sonst. Vergiss es. Like I'm there. So, geh hin, schnell. Nein. Warum seid ihr alle so müde, bitte? Lass ihn noch da sein, wenn er kommt. Wenn ich da bin. Ja, halt die Fresse, Gaskit. So. Hoffentlich ist er noch einen Tag da. So. Kurz vorbeischauen. Ich weiß nicht, wie oft die wechseln. Ob das täglich ist oder... Ähm. Fahrer. Nein, er ist nicht da. Er ist natürlich nicht da. Egal. Müssen wir halt noch die nächsten Tage mal gucken. Huh. Ähm. Ja. Kurz mal die ganzen Sachen hier rausschmeißen. Zur Lagerung und so. Ähm. Wie gesagt, ich weiß es jetzt noch nicht, wie ich das mache. Bei... Ja, ja. Ich glaube, das ist das Beste, wenn ich das so mache, wie vorgeschlagen, dass ich das hier vielleicht aufnehme, aber halt dann nur im Schnelldurchlauf hier mache und danach dann, ähm, einfach nur, wie heißt es, ähm, eine Zusammenfassung darüber gebe, was hier so passiert ist mit der Ausstattung. Ja, ich glaube, das ist die beste Möglichkeit für alle die Leute, die es interessiert, was ich tue und für die Leute, die mir nicht ein ganzes Video dabei zugucken wollen, wie ich hier rumklicke und dabei nichts sage. Ausnahme ist vielleicht halt, wenn ich was zu sagen habe. Aber, ähm, jetzt werde ich erstmal für eine Weile meinen Mund halten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.